Ja, herzlich willkommen auf der Lesebühne. Ich bin Emilia und bevor ich anfange, das ist ein Kurzroman plus für Erwachsene und bei einem Kurzroman geht man bei bestimmten Sachen nicht ins Detail. Also ihr werdet hier nicht herausfinden, wie sieht die Protagonistin aus. Ich habe nur zwei Hinweise, den Rest müsst ihr euch denken. Mir ist immer ganz wichtig, dass die Fantasie der Lese angeregt wird. So, es heißt ein Makler für Mathea. Ganz kurze Einleitung. Mathea ist eine junge, hübsche Frau und sie ist in einer Beziehung. Sie möchte den nächsten Schritt machen. Sie sind schon zusammengezogen vor ein paar Jahren und haben sich eine Wohnung in einer Gegend gesucht, wo sie natürlich auch eine Familie gründen können. Es passt alles, es ist perfekt. Und sie hat immer ihren Freund gefragt, ja, ja, ich möchte jetzt endlich und wie sieht es dann aus, Familie. Und ihr Freund, der meint immer so, ja, ja, später, später, später. Ich hoffe, euch gefällt es. Mathea. Ich bin frei. Jetzt versuche ich alle Altlasten von mir abzuschütteln, doch das ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Eigentlich wollte ich nach der Trennung von meinem Exfreund und seinem Auszug in unserer Wohnung bleiben, um mir die Arbeit, die ein Umzug mit sich bringt, zu ersparen. Aber an jeder Ecke schlummern Erinnerungen. Schöne und schlechte. Und immer wenn ich die Wohnung betrete, ist da dieses Gefühl in meinem Magen schwer und erdrückend. Erst dachte ich, es würde reichen, wenn ich die Wände in anderen Farmen streiche und die Möbel an der Stelle. Aber das tat es nicht. Dann die ständigen Fragen von den Nachbarn, ob ich so allein zurecht käme. Natürlich komme ich zurecht. Nur weil ich jetzt hier allein lebe, heißt das doch nicht, dass ich nicht klarkomme. Ich weiß noch genau, wie es war. Als wir damals die Wohnung besichtigt haben, wir hatten solch ein Glück, dass wir die Ersten waren. Es war unser Jahrestag und ich kam früher von der Arbeit nach Hause, weil ich Toni überraschen wollte. Nur leider überraschte er mich. Schon im Flur wunderte ich mich über die einzelnen Kleidungsstücke. Im Wohnzimmer lag sogar Unterwäsche von ihm auf dem Boden. Genervt hob ich die Sachen auf und wollte sie in den Wäschekorb stopfen. Ich erstarrte. Vor mir lag ein BH und das war definitiv nicht meiner. Ich setzte mich und sah ihn mir genauer an. Ich kämpfte gegen die Tränen an, als ich auch noch Geräusche aus dem Schlafzimmer hörte. Ich konnte einfach nicht fassen, dass er mich mit einer anderen betrug. In unserem Bett? An unserem Jahrestag? Vielleicht war es ja auch nicht das erste Mal. Das hätte auf jeden Fall erklärt, warum er neuerdings die Bettwäsche wechselte und auch wusch. Und zu mir hatte er noch gesagt, er wollte mir Arbeit im Haushalt abnehmen. Schlagartig wurde mir schlecht und mir liefen schon wieder die Tränen. Das kann doch nicht sein. Auf Zehenspitzen schlich ich mich zum Schlafzimmer und öffnete die Zimmertür einen Spalt. Ich wollte nicht glauben, was ich da sah. Toni lag nackt in unserem Bett und auf ihm eine nackte Frau mit langen blonden Haaren, die sich rhythmisch bewegte. Er sah so zufrieden aus. Ich kannte diesen Gesichtsausdruck, wenn er sich völlig fallen ließ und alles um sich herum vergaß. Seine Hände umgriffen fest ihren Po, was die Blondine immer schneller werden ließ. Ich sah, wie ihre Hände über seine Brust bis hin zu seinem Bauch hinunterstrichen, was ihn schwerer atmen ließ. Woraufhin seine Hände zu ihren Brüsten wanderten, so, wie er es immer bei mir getan hatte. Ich kniff die Augen zusammen. Das darf doch nicht wahr sein. Warum nur? Als ich die Augen wieder öffnete, hatte sich Toni schon aufgerichtet und saugte an den Brüsten der Blondine. Sein Gesicht verschwand regelrecht in dem großen, wohlgeformten Busen und sie genoss, als warf ihren Kopf leicht nach hinten und... Oh nein! Nein! Ich musste schwer schlucken, als ich erkannte, wer diese Frau war. Sophie, unsere Nachbarin? Aber warum? Entsetzt schüttelte ich den Kopf. Ich versuchte aufzustehen, durchzuatmen und ruhig zu bleiben. Doch dann blieb mir fast die Luft weg, denn in diesem Moment erreichten beide offenbar ihren Höhepunkt. Toni schrie seine Lust laut heraus, was er nie machte. Da kam sonst immer nur ein Stöhnen, was sich eher schmerzhaft für mich anfühlte. Er klammerte sich fest an Sophie. Und es sah so innig zwischen den beiden aus. So vertraut. Auch Sophie war nicht gerade leise und stöhnte immer wieder laut. Oh Toni, hör nicht auf! Er folgte ihrer Aufforderung. Meine Beine fingen an zu zittern. Ich hatte das Gefühl, sie würden gleich nachgeben. Der Anblick war zu viel für mich. Dieses Schauspiel war einfach nur widerlich. Ich stützte mich gegen den Türrahmen und mit der einen Hand versuchte ich, nach der Türklinke zu greifen. Doch ich rutschte ab. Das laute Poltern war nicht zu überhören. Ich landete unschön auf dem Boden. Toni schob Sophie ruckartig zur Seite und sah mich mit weit aufgerissenen Augen an. Sophie griff schnell nach der Decke, hielt sie vor sich. Es war jesichtlich unangenehm, aber es war zu spät. Ich hatte alles gesehen. Toni war anscheinend so erschrocken, dass er nicht einmal daran dachte, sein bestes Stück abzudenken. So präsentierte er mir nun auch noch etwas, das mir die Kinnlade herunterklappen ließ. Er hatte nicht einmal den Anstand besessen, sich zu schützen. Selbst mit mir verwendete er jedes Mal ein Kondom. Bei Sophie hielt er scheinbar nicht für nötig. Mathea, Schatz, was machst du denn schon hier? Stotterte er. Ich schüttelte nur meinen Kopf, als er aufstehen wollte, um zu mir rüber zu kommen. Das ist nicht so, wie es aussieht, wirklich, versuchte er noch die Situation zu retten, aber es war zu spät. Er hatte mich betrogen. Sophie hatte sich mittlerweile eine Bettdecke um ihren Körper gewickelt und gab Toni die andere. Mit aller Kraft probiert, dich aufzustehen. Aber nicht, ohne Sophie einen abwertenden Blick zuzuwerfen. Wortlos ging ich ins Wohnzimmer und setzte mich auf die Couch, in der Hoffnung, dass sie es hier noch nicht getan hatten. Allein der Gedanke machte mich so wütend, dass ich doch lieber wieder aufstand und die Wohnung verließ. An diesem Tag war für mich die Beziehung beendet. Noch in derselben Nacht warf ich alle seine Sachen ins Treppenhaus. Es wurde von Tag zu Tag unerträglich an diesem Haus. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss raus hier. So, jetzt habt ihr Mathea kennengelernt, die arme Betrogene am Jahrestag von ihrem Freund Toni und natürlich die Nachbarin Sophie. Und Sophie war eigentlich eine Freundin für sie. Die haben im Sommer ganz oft zusammen auf dem Balkon gesessen, ein Glas Wein getrunken, haben auch mal was unternommen oder waren shoppen und ja, das war jetzt ein richtiger Schock. Luis Guten Morgen, Tamara, sage ich freudestrahlend, als ich das Büro betrete. Hallo, Luis, so gut gelaunt heute? Auf deinem Schreibtisch habe ich deine Nachricht hingelegt. Die Anzeige in der Zeitung war eine super Idee, sagt Tamara, während sie schon wieder fleißig auf der Tastatur tippt. Ich gehe an meinen Platz und sehe auf den Zettel Objekt Jungbrunnstraße 12, dritte Etage, Uhrzeit 14 Uhr, Kunde Frau Wenk. Ich stöhne auf. Heute habe ich absolut keine Lust auf einen Außentermin. Mein Plan ist, endlich einmal das aufzuarbeiten, was schon viel zu lange liegen geblieben ist. Luis arbeitet in einem Maklerbüro namens Lumitz und ist ein sehr angesehenes Büro, hat also gar keine Zeitungsanzeigen nötig. Und ja, Luis hat eine Wette verloren gegen seinen Kumpel Anton im Fitnessstudio. Der meinte, ja, wenn du die Wette jetzt verlierst im Gewicht stemmen, dann machst du ohne Hilfe deiner Sekretärin eine Anzeige und schaltest die auch in der Zeitung. Ja, und Luis dachte, ach Quatsch, ich bin stärker als Anton, ich schaffe das, ist kein Ding, weil wie sowas geht, habe ich eh keine Ahnung, das macht meine Assistentin. Genau. Hat er sich ein bisschen verschätzt. Ich stehe auf und gehe raus vor die Tür, schaue mir unsere Aushänge von den Wohnungs- und Hausangeboten an. Da stelle ich fest, dass auch hier die Wohnung aushängt. Aber darum geht es mir gerade nicht. Ich bin am Überlegen, wie ich die Häuser ansprechender anbieten könnte. Da mir auf die schnelle Kennelösung einfällt, gehe ich zurück ins Büro und widme mich meinen anderen Aufgaben. Nach dem Essen fällt mein Blick auf die Uhr. In einer Stunde ist die Wohnungsbesichtigung. Ich mache mich mit dem Auto auf den Weg und finde auch gleich einen Parkplatz direkt vor der Hausnummer 12. Was für ein Glück, denn so kann ich noch kurz hoch in die Wohnung schauen, ob alles in Ordnung ist, bevor ich mir einen Kaffee bei dem Bäcker um die Ecke hole. Mit dem Kaffee in der Hand verlasse ich den Backshop und höre in der Nähe ein lautes Krachen. Einige Leute blicken in Richtung der Kreuzung. Ein Auferunfall? Doch bevor ich meinen Kopf recken kann, um etwas zu erkennen, dreht sich die Frau vor mir ruckartig um und stößt gegen mich. Ich kann gar nicht so schnell reagieren, wie der Kaffee über meinen Anzug kippt. Au, verdammt, brüllt sie mich an. Oh Mist, passen Sie doch auf, erwidere ich zornig und will mir gerade Luft machen. Da blickt sie zu mir auf mit den strahlendsten grünen Augen, die ich je gesehen habe und ihrem zauberhaften Gesicht, was mich blitzartig verstummen lässt. Matthäer. Heute habe ich einen Termin mit einem Makler zu einer Wohnungsbesichtigung vereinbart. Die Anzeige in der Zeitung klingt vielversprechend. Zwei Zimmer für einen super guten Preis und auch noch die perfekte Lage. In dieser Ecke gibt es wunderschöne Altbauhäuser mit verschnürkelten Fassaden. Ich hoffe, das Ganze hat keinen Haken. In meinem roten Lieblingsrock mache ich mich auf den Weg und laufe zu der Adresse, die mir die Sekretärin am Telefon genannt hat. Heute ist ein herrlicher Frühlingstag. Die Straße ist wie eine Allee angelegt, links und rechts von kleinen Bäumen eingesäumt, deren Blüten rosa schimmern. Das sieht so märchenhaft aus und das duftet so gut. Und dann diese gepflegten kleinen Sträucher vor den Häusern. Selbst die Laternen passen super ins Straßenbild. Die unweit entfernte Hauptstraße ist kaum zu hören. Jetzt im Frühling, wenn alles anfängt zu blühen, ist dieser Teil der Stadt so wunderschön. Ich sehe mich schon auf dem Balkon sitzen und die Ruhe genießen. Ich male mir aus, wie ich mich der Wein der Sonne brutzeln lasse und ein Buch lese oder abends mit Freunden ein Glas Wein genieße. Gedanken verloren laufe ich die Straße entlang und hoffe, dass das mit der Wohnung klappt. Ein lautes Krachen, das nicht in diese schöne Gegend passt, lässt mich zusammenzucken. Erschrocken drehe ich mich um. Es hat sich wie ein Unfall angehört. Ich recke meinen Hals und sehe zur Kreuzung. Tatsächlich ein Unfall. Zum Glück scheint nichts Größeres passiert zu sein. Ich drehe mich um, um weiterzugehen und stoße mit jemandem zusammen. Au, verdammt, schreie ich erschrocken. Oh Mist, passen Sie doch auf, schimpft eine Männerstimme. Ich kann ihn kaum erkennen, die Sonne blendet mich so. Haben Sie keine Augen im Kopf? Entgegne ich patzig. Bevor er etwas erwidert, zieht er mich einen Moment mit offenem Mund an. Dann schüttelt er fast unmerklich seinen Kopf und sagt, Entschuldigung, ich habe Augen im Kopf? Ganze zwei Stück? Sehen Sie? Vielleicht schauen Sie lieber mal hin, wo Sie hinlaufen? Verdammt! Der fremde Mann im Anzug wirkt genervt. Sein Kaffeebecher ist jetzt wohl leer, denn der Kaffee ist zum Teil auf seinem Anzug verteilt. Mit einer Serviette tupft er auf seinem Hemd herum. Der Rest ist auf seinen Lackschuhen gelandet. Oh nein, das fehlt mir gerade noch. Von meinem Fuß steigt ein ekelhafter Geruch nach Hundekacke auf. Warum gerade jetzt? Halssuchend fasse ich an einen der Bäume und versuche, den Hundekot von dem Schuh abzubekommen, indem ich ihn über das kleine Rasenstück ziehe. Das macht es jedoch nicht besser. Das ist ja widerlich, diese... Verstohlen blicke ich zu dem Mann rüber, der noch immer vergebens an seinem Hemd herumtupft. Oh, bitte sag jetzt nicht, dass ich auch noch die Reinigung des Anzugs bezahlen soll. Ich verliere diesen Gedanken sofort, als ich auf meine Armband durchschaue. Mist, gleich ist schon der Termin. Wie hieß der Makler nochmal? Überlege ich, als ich vor der Haus Nummer 12 stehe. Vielleicht sollte ich doch lieber in der jetzigen Wohnung bleiben. Der Umzug kostet ja immerhin eine Menge Geld. Ich bin auch völlig in meinen Gedanken. Da taucht neben mir ein Schatten auf. Ich sehe hoch und da steht er. Guten Tag. Sind Sie Frau Wenk? Äh, äh, ja, antworte ich überrascht. Ich bin Louis Heinrich, Ihr Immobilienmakler. Ich starre ihn an und überlege. Oh nein, wie peinlich. Vor mir steht der Kerl, mit dem ich gerade zusammengestoßen bin. Ich erkenne ihn an der Stimme wieder und natürlich an den Kaffeeflecken auf dem Anzug. Er sieht mich mit einem rätselhaften Blick an, bevor die Tür aufschließt und wir zusammen in das Haus hineingehen. Das Treppenhaus sieht gepflegt aus. Die Wände sind hell gestrichen, nicht weiß, eher Cremefarben oder Eierschale. Auf den Fensterbänken stehen Pflanzen. Ich folge Herrn Heinrich die drei Etagen nach oben, bis er vor einer Wohnungstür stehen bleibt. Eine typische Altbauwohnungstür, weiß, mit einem braunen Türrahmen. Er schließt die Tür auf und fragt mich. Ich hoffe, Sie haben keinen Hundekot mehr an Ihrem Schuh? Er zwinkert mir zu. Ich schüttle nur meinen Kopf und merke, wie meine Wangen heiß werden. In der Wohnung schaue ich mir jeden Raum genau an. Der Makler entschuldigt sich und verschwindet mit seinem Handy auf dem Balkon. Mich stört das nicht. Ich habe eh keine Lust auf Maklers Malltalk. Das Badezimmer hat sogar ein Fenster. Wie schön. Ich mache innerlich einen Haken auf meiner Checkliste. Mit einer voll eingerichteten Küche, die ebenso ein Fenster aufweist, scheint diese Wohnung bis jetzt perfekt für mich zu sein. Möchten Sie zu der Wohnung noch etwas wissen oder soll ich Ihnen noch eine andere Wohnung zeigen? Ich würde mir den Balkon gerne noch ansehen. Und gibt es einen Keller? Er nickt und geht voraus in Richtung Balkontür. Ich greife nach dem Griff und in dem Moment berühren sich unsere Finger, da er mir offenbar die Tür aufhalten wollte. Ein elektrischer Schlag knistert zwischen uns und ich ziehe erschrocken meine Hand zurück. Verlegen schaue ich auf. Er lächelt mich an und ich spüre seine andere Hand auf meinem Rücken. Ein Kribbeln wandert von dieser Berührung durch meinen Körper, das ich aber versuche zu ignorieren. Neugierig beuge ich mich über die Brüstung und schaue in den Innenhof. Aus dem Augenwinkel nehme ich wahr, dass er mich beobachtet. Ich sehe ihn an und kann meinen Blick nur schwer von diesen blauen Augen und seinem Lächeln lösen. Das Kribbeln von eben taucht wieder auf, ohne eine weitere Berührung von ihm. Als ich merke, dass ich ihn schon viel zu lange anstarre, drehe ich mich wieder zur Brüstung und schaue übertrieben interessiert nach unten, wo ein paar Kinder spielen. Erneut spüre ich seine Hand an meinem Rücken. Es fühlt sich gut an. Gefällt ihm, was sie sehen? Oh, es fühlt sich so gut an, wisper ich leise. Ich meinte eigentlich den Innenhof, ob er ihnen gefällt, aber schön, dass sie sich hier wohlfühlen. Er lächelt verschmitzt. Oh nein, wo bin ich nun mit meinen Gedanken? Warum muss dieser Typ auch so heiß aussehen? Alles okay bei Ihnen? fragt der Makler. Oh, schau mich doch bitte nicht so an. Ich schmelze sonst noch dahin wie ein Stück Schokolade in der Sonne. Ja, sage ich leise. Dann können wir uns ja den Keller ansehen gehen. Gerne, sage ich und laufe voraus, ohne ihn dabei anzusehen. Auf der Treppe erklärt er mir. Leider gibt es hier keinen Fahrstuhl, aber bei vier Etagen lohnt sich das ja auch nicht wirklich. Und ist halt fit. Er dreht sich um und unsere Gesichter sind nur Millimeter voneinander entfernt. Ich habe damit nicht gerechnet und kralle mich krampfhaft am Geländer fest, um nicht auf ihn zu stürzen. Ich lächelt schon wieder so hinreißend. Was macht er nun mit mir? Ob es ihm auch so geht? Mathea. Nach ein paar Schritten öffnet er die Kellertür, macht das Licht an und sucht an den metallenen Türen nach der Nummer der dazugehörigen Wohnung. Ich reibe mir meine Oberarme. Es fehlt nicht viel und weiße Wölkchen steigen von meinem Mund auf. Wieso schlägt mein Herz mit einmal immer schneller? Ich wische meine feuchten Hände unauffällig an meinem Rock ab. Hilfe, was ist nur los mit mir? Ja, okay, er sieht verdammt heiß aus. Na und? Hör auf, ihn mit den Augen auszuziehen. Das hier ist eine Wohnungsbesichtigung und kein Blind Date. Ah, da ist er ja. Er bleibt vor einer leeren Kellertür stehen, dreht sich um und lehnt sich an den Türrahmen. Er sieht mich mit seinen leuchtenblauen Augen an und meine Knie werden weich wie Gummi. Er lächelt, aber irgendwie scheint auch er etwas nervös zu werden. Am liebsten würde ich ihn küssen, diese zart aussehenden Lippen auf meinen spüren und seinen Duft einsaugen. Er riecht bestimmt wahnsinnig gut. Ich stelle mir vor, wie er mir mein Shirt abstreift und jeden Zentimeter von meinem Körper mit seinen Lippen berührt und ich muss damit aufhören. Mittlerweile bebt mein ganzer Körper und ein lang verborgenes Verlangen macht sich bemerkbar. Sein Blick zieht mich magisch an und ich kann es kaum noch ertragen, ihn nicht anfassen zu dürfen. Wie er wohl unter seinen Anzug aussieht? In meiner Vorstellung streife ich ihm sein Jackett ab, löse seine Krawatte und öffne ganz langsam jeden einzelnen Knopf von seinem Hemd. Dann streiche ich sanft über seinen Oberkörper und übersehe ihn mit Küssen, bis ich an seiner Hose angekommen bin, um erst den Gürtel zu öffnen und dann seine Hose. Bei dem Gedanken wird mir ganz heiß und dann geht es plötzlich ganz schnell. Er zieht mich an sich und ich spüre seine kräftige Hand an meinem Po. Ein Schauer durchläuft mich. Oh Gott, es passiert wirklich. Sein Gesicht ist meinem Sohn nah. Seine Lippen streifen über meine Wange und ich schließe kurz die Augen. Er greift immer fest dazu und sein Atem kitzelt in meinem Ohr. Er küsst mich zärtlich auf die Wange, während meine Hände zu seiner Hüfte wandern. Tief atme ich seinen Geruch ein und möchte gar nicht mehr aufhören, an ihm zu riechen. Meine Hände klammern sich an ihm fest. Durch seinen Anzug fühle ich seinen muskulösen Körper. Genussvoll schließe ich die Augen und stöhne unbeabsichtigt auf. Ich möchte mehr davon. Mehr von ihm und mehr von seiner Nähe. Aber warum zieht er mich so an? Ich kenne ihn doch gar nicht. Er streicht mir mit seinem Finger über meinen Mund und dreht mein Kinn so, dass ich ihn direkt in die Augen schauen muss. Dann küsst er mich. Seine Lippen auf meinen. Endlich. Sie sind so zart. Gänsehaut überzieht mich, doch nicht mehr von der Kälte hier unten. Der Kuss ist innig und doch bedacht. Seine Augen glänzen. Und als sich unsere Münder voneinander lösen, erscheint ein Lächeln auf seinen Lippen. Ich neige meinen Kopf und sehe ihn sehnsüchtig an. Dieses Kribbeln in meinem Körper, diese aufsteigende Hitze in mir. Ich werde bestimmt schon wieder rot. Ich beiße mir auf die Lippen. Mit beiden Händen hält er mein Gesicht fest. Zwingt mich, ihn wieder anzusehen. Sein Mund ist leicht geöffnet. Und er atmet schwer. Er küsst mich erneut. Diesmal noch intensiver. Ich spüre seine Zunge, wie sie sich zu meiner vortastet und sie umkreist. Erst ganz langsam. Dann immer schneller. Der Kuss scheint diesmal unendlich anzudauern. Und mein Kopf glüht. Mir ist so warm. Ein kurzer Blick von ihm. Und dann drückt er mich an das Metallgitter. Seine Hände wandern immer weiter hinunter. Bis zu meinem Po. Er packt zu. Und ich zucke zusammen. Ich spüre seine Erregung, während meine Hände zu seinem Gesicht wandern und über sein Drei-Tage-Wart streichen. Oh, wie ich das liebe. Ich kralle mich in seinem Haaren fest und vernehme ein leises Mhh. Unsere Zungen spielen immer noch dieses heiße Spiel. Ich glaube. Ich träume. Er nimmt meine Hände und hält sie sanft fest. Eine leichte Berührung. Doch sie ist so unglaublich prickelnd. Ich atme tief ein. Denn mein Herz schlägt wahnsinnig schnell. Wie eine Dampflok unter Hochdruck. Fragend sehe ich ihn an. Was machen wir hier? Was tun wir hier gerade? Das ist doch nicht echt. Oder? Es war schön. So wunderschön. Und ich möchte mehr davon. Viel mehr. Warum schaust du mich so fragend an? Will er wissen. Was machen wir hier? Frage ich. Anstatt ihm zu antworten. Er hebt eine Augenbraue hoch. Unser Start war zwar nicht der Beste, aber als du dann erneut vor mir standest. Oh nein. Nicht daran erinnern. Er hält inne und streichelt mir über die Wange. Da war es um mich geschehen. So, jetzt gehen sie die Treppe wieder hoch. In die Wohnung. Zeigst du mir jetzt die Wohnung nochmal? Frage ich spitzbübisch. Ja, aber dieses Mal anders, sagt er und lächelt schelmisch. Was hat der vor? Und warum die Sporttasche? Matthäa. Er schließt die Wohnungstür auf, zieht mich hinein und legt die Sporttasche ab. Gefällt dir, ähm, die Wohnung? Er schaut mich fragend an. Matthäa, ich heiße Matthäa und ja, ich glaube, sie gefällt mir. Was meinst du mit, ich glaube? Er mustert mich verdutzt. Ich habe sie mir nur flüchtig angesehen. Es war mir so unangenehm, wegen dem Zusammenstoß und so. Erwidere ich leise mit gesenktem Kopf. Oh Mann, wie peinlich. Ich zeige sie dir. Einfach nochmal. Dann küsst er mich auf die Stirn. Ich atme tief ein, als seine Hände zu meinem Po wandern und er fest zupackt. Oh je, ich halte das nicht mehr lange aus. Er weckt so ein starkes Verlangen in mir. Er legt einen Finger auf meinen Mund. Du hast so unglaublich tolle Lippen, Matthäa. Ich bekomme einfach nicht genug von ihm. Schon spüre ich seine auf den meinen. Er küsst so gut. Was ist? Möchtest du jedes Zimmer auf eine besondere Art und Weise erleben? Unsicher kau ich auf meiner Lippe. Ich weiß, was du denkst. Nein, es ist keine Masche. Wirklich. Du ziehst mich an und das auf eine Weise. So eine Begegnung hatte ich noch nie mit. Okay, antworte ich. Mach die Augen zu und vertrau mir. Ich führe dich, sagt er leise, aber bestimmt. Er hält mir vorsichtshalber die Augen zu und führt mich sehr bedacht. Mir stockt der Atem. Er lässt mir keine andere Wahl, als ihm zu vertrauen. Was macht er jetzt nur mit mir? Ich höre, wie eine Tür aufmacht. Zwei Schritte noch und wir bleiben stehen. Ich spüre, wie der Wind durch meine Haare weht und eine angenehme Wärme auf meiner Haut. So, als würde die Sonne auf meine Haut scheinen. Vögel zwitschern laut um die Wette. Er bleibt hinter mir stehen. Ich nehme jetzt meine Hände von deinen Augen. Lass sie bitte noch zu. Ich nicke. Er streicht meine Haare zur Seite und fährt mit seinen Lippen über meinen Nacken. Mach deine Augen jetzt langsam auf, flüstert er. Die Sonne blendet mich und ich muss blind sein. Wir stehen wie vermutet auf dem Balkon. Ich schaue auf diesen wunderbaren Innenhof, der so schön grün leuchtet mit den vielen blühenden Blumen. Die Kinder von vorhin sind verschwunden. Er küsst meinen Hals und ich seufze auf. Gefällt dir der Ausblick, Matthäer? Ja, der Ausblick ist traumhaft. Mir gefällt auch, was ich sehe, sagt er zweideutig. Ich kann nicht anders, drehe mich um und küsse ihn. Seine Hand wandert unter meinen Rock und tastet sich zu meinem Slip vor. Er schiebt ihn zur Seite und seine Finger wandern zu meiner warmen Mitte, was ihn wohlig aufstöhnen lässt. Voller Lust beuge ich mein rechtes Bein an und umklammere ihn damit. Währenddessen wandert meine linke Hand nach hinten zu seinem Schritt. Was für eine große Beule? Er dringt mit seinen Fingern in mich ein und nun keuche ich auf. Laut. Zu laut. Erschrocken blicke ich mich um, ob uns jemand gehört hat. Peinlich berührt drücke ich mich von der Brüstung weg und stoße seine Hand beiseite. Was ist los? Habe ich was falsch gemacht? fragt er und sieht mich fast so an, als hätte ich ihm eine Ohrfeige verpasst. Ich kann nicht, beginne ich. Doch er legt ein Finger auf meine Lippen. Er führt mich ins Wohnzimmer und schließt hinter mir die Tür. Ich zeige dir den Innenhof nachher noch, wenn wir runtergehen. Von hier oben kannst du nicht alles sehen. Wie? Von hier oben kann ich nicht alles sehen? Gibt es da noch einen Pool? Oder eine Sauna? Was würde er dort mit mir anstellen? Was genau kann ich von hier oben nicht sehen? Frage ich stattdessen. Doch er antwortet nur geheimnisvoll. Warte ab, ich zeige es dir später. Matthäer. Er hebt mich hoch. Ich schlinge meine Beine um seine Hüften und wir küssen uns innig. Als wäre ich leicht wie eine Feder, trägt er mich in die gegenüberliegende Küche. Dort angekommen, bleibt er stehen und setzt mich auf der Arbeitsplatte ab. Unsere Münder können nicht voneinander lassen. Meine Lenden drängen sich gegen seinen flachen Bauch. Luis tüftelt am Verschluss meines BHs herum und öffnet ihn kurz darauf gekonnt. Ich befreie mich von dem störenden Stoff, während wir uns immer noch eng umschlungen küssen. Meine Brustwarzen sind extrem hart und empfindlich. Ich ziehe ihm endlich sein Jackett aus und werfe es auf den Boden. Dann öffne ich den ersten Knopf von seinem Hemd. In diesem Augenblick hält er meine Hand fest. Ich schaue ihn schmachtend an, doch dann erkenne ich, wohin er gierig starrt und habe verstanden. Seine Lippen tasten sich umgehend zu meinen Brüsten hinab. Jeder Kuss ist wie eine zärtliche Berührung und dann ist er an meinen Brustwarzen angelangt. Was für ein kribbeliges Gefühl. Ganz vorsichtig küsst er sie. Ich spüre, wie seine Zunge sie umkreist. Meine Hände sind fest in seinem Haar vergraben. Als er beginnt, an meiner Brustwarze zu saugen, entrinnt mir ein unkontrolliertes Stöhnen. Ich spüre seine Finger an meiner anderen Brust, wie sie meine Brustwarze zwirbeln. Seine andere Hand ist an meinem Rücken und jetzt, oh, du bist der Hammer, Matthäer. Wo warst du nur so lange? stöhnt Louis. Er drückt mit beiden Händen meine Brüste zusammen und liebkost sie. Es ist der Wahnsinn. Ich kann gleich nicht mehr, jammere ich auf, als er die Seiten wechselt. Er schaut mich an, löst seine Krawatte und grinst. Blitzschnell hebt er meine Arme vor meinen Körper und fesselt sie mit seinem Schlips an dem Griff des Hängeschranks über mir. Völlig wehrlos bin ich ihm ausgeliefert und kann es kaum erwarten, was er als nächstes mit mir vorhat. Behutsam streichelt er mit der einen Hand über meine Wange und küsst mich auf den Mund, während seine andere unbemerkt unter mein Rock fährt und meinen Slip zur Seite schiebt. Ich zucke zusammen vor Schreck und Erregung. Dabei gebe ich Geräusche von mir, die ich noch nie gehört habe. Er bringt mich um den Verstand. Psst, flüstert er und legt dabei sein Zeigefinger auf meinen Mund. Er hebt mein Po mit beiden Händen kurz hoch, um mir meinen Slip auszuziehen. Was hat er vor? Mir bleibt keine Zeit, um weiter darüber nachzudenken, denn sein Gesicht verschwindet unter meinem Rock. Seine Hände sind fest an meinem Po, während er mich zwischen meinen Beinen küsst und kurz darauf fast dafür sorgt, dass ich meinen Höhepunkt erreiche. Denn er macht mehr, als mich nur mit seinen Lippen in meiner warmen Mitte zu küssen. Ich vernehme ein MMMM, während ich mich kaum noch halten kann. Seine Hände in meinem Po verstärken mein Verlangen, denn es ist unglaublich heiß, sie da zu spüren. Du schmeckst fantastisch. Ich hoffe, die Krawatte war nicht zu schmerzhaft. Mitten im Satz stockt er. Er hält sich ein Finger vor den Mund und lauscht. Ich kichere. Was hast du jetzt mit mir vor? Doch da höre auch ich, was Louis' Aufmerksamkeit abgelenkt hat. Ein Klappern an der Eingangstür, ein Schlüssel, der aufschließt. Ich reiße die Augen weit auf und starre Louis fragend an. Schnell, nimm die Sachen und ab ins Bad. Innerhalb von Sekunden rutsche ich von der Arbeitsfläche runter, laufe ins Wohnzimmer, wo ich meine Klamotten greife und husche ihn über ins Badezimmer. Louis folgt mir. In der Hand hält er seine Aktentasche und die Sporttasche. Leise zieht er die Tür zu und verriegelt sie. Schwer atmend drücken wir unsere Ohren an die Tür. Ja, wer jetzt die Wohnung betreten hat? Hm, eine leere Wohnung? Das verrate ich jetzt nicht. Und was es mit der Sporttasche und mit dem Handtuch auf sich hat, das verrate ich natürlich auch nicht. Und vor allen Dingen, wie es mit den beiden weitergeht. Ob das jetzt nur eine heiße Wohnungsbesichtigung ist oder ob da so ein bisschen mehr ist, das müsst ihr selber rausfinden. Okay, ja, dann danke, dass ihr hier genau stand. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Eine Lesung